Ganz ekliger Japaner Ekliger Juden, Alter Drucken? Pass auf So ein scheiß Maschinengewehr Ich versuche mich drum zu kümmern Ok, er ist tot So, erstmal Luft in den Griff setzen Bitte töte was Sitze auf Irgendwie hier, wo die gerade die ganzen Gegner sind Jetzt kann ich gerade nicht weiter Ach, hat das jetzt gerade Weißt du, da stand noch nicht mal von wegen Da stand noch nicht mal drücke Dinge zum wegschmeißen Bei mir stand das Na, bei mir eben nicht Das ist ja gerade das ärgerliche So, erstmal Luftangriff aufs Häuschen setzen Verstehe nicht, ich bin immer noch nicht aufgestiegen Warte mal, warte mal Ich krieg hier eine Kette zu komischerweise Du liegst zum Weg Oh, gut Egal was ich krieg, ich krieg keine Assisten dazu Äh, keine Abschlüsse Ich glaub, wenn du auf dem Boden liegst, zählt das ja nicht Äh Denk ich mal zumindest Ne, auch so nicht Oh, ne Ok, ich liege noch Bestimmt, weil wir das Ding Weil wir das schon zum zweiten Mal machen Kannst du mir helfen, bitte? Ja, ich muss ja erstmal Achso Ja, ich denke mal irgendwann sterbe ich automatisch Und deswegen... Rauch ruhig hierher oder leg dich von mir aus hin Das ist alles kein Problem Hauptsache, ich steh wieder auf Spritze in den Dack Au Auch die mit ihren scheiß Granaten hier immer Hab schon weggewogen Ok, ich, ich, ich geh in den Bunker, das ist mir jetzt egal Ich komm nur raus, wenn ich Luftangriff habe Überprüfen diese Stille Arm, Deltung Männer Negativmeldung für diesen Koordinaten So, jetzt kommt ein Luftangriff Mein Gott, wir halten uns aber auch lange auf, ja Geil Nö, Frau, nö, geht nicht Müssen wir, ja, müssen wir damit um... Äh, warte mal Steht hier um, wo ein Missionsdinger Verschaffen sich zutritt zum Japan Ach, wir müssen da rein Naja, und dann wird man die ja nicht töten, oder? Naja, doch, damit sie uns nicht töten vielleicht Weil, würde ich sagen, dass wir uns vorbrauchen, weil dann, dem Ding... Oh, ey, die und ihr Scheiß geraden Ich hab schon weggewogen Ich kann nicht angreifen, ich hab nur eine Fernwaffe Komm Oh, voll in die Eier Oh, das muss wehtun So, komm, jetzt noch ein paar Kamikaze-Japsen Ne, gut Doch, krass, wo ich es gesagt habe Okay, 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 okay Wo bist du eigentlich hinten? Das war ne Granate, ja Das war ne Granate, ja Denn wie viele Japsen kommen denn da noch? Ja, solange wir auch anständlich vorgehen, kommen da... ...unendlich So, dann freut ihr euch jetzt auf die nächsten Angriffe, Schweine So, das hat gewackelt, alter Scheiße, scheiße, scheiße Ich lege im japanischen Bunker Ich glaub, da wird ein bisschen schwer, dass du mich da raus Ob du es hinkriegst? Ich hoffe doch mal Ähm... Da kommst du schon Danke Aha Ich brauch Muni Ich brauch Muni Ich müsste irgendwo... Für welche Waffe? Kannst du mir bestimmt nicht sagen Wenn mein Platz vier war kackt da Ist das ja auch eine japanische Flagge? Oh oh Ist das unsere? Oh, was ist jetzt los? Schalten sie japaner in der Nähe aus War ich jetzt wieder Muni? Nö, nö Wir sind MGS, wir sind ja schon mal wissen was Ja, lass mich doch mal hochkrabbeln, ihr Affen Junge Ruhig Ne, die schub mich ja runter, die Affen Was dumme Die feindliche Panzer In Granate Okay, okay Geh mal weg von dem, geh bitte und helfen Ja Nichts, Kanäle, alter nicht Hey, du lagst bisher noch einmal mehr auf dem Boden Oh ne, Granate Weg hier, weg hier, weg hier Weg hier, weg hier, weg hier Den Drück geh, du Affe Ich hab... Es steht mir mal nicht immer da, von wegen Drücke geh zum wegschmeißen Und solange das ja nicht da steht Dann schmeiß ich ja selbst nochmal eine Granate Was hat den vorderen? Ah ne, du hast auf den hinteren, hier mach ich gehen Ich hab da den übrigen Panzer ich sprach Ja, ich wundere mich eben schon warum er gesagt hat, sie verfehlt Dann machst du jetzt nochmal Scharf gemacht und feuerbereit Ziel registriert, feuer Jut, mach mal so Nöss mal die Pfand halt Mal kaputt machen, ne? Ja, muss mal So Das ist unsere Waren ja nur 5 wo, oder wenn die ich gekillt hab Das bisher 14 Volltreffer Ey, da ist ein Pink von 9 und ich von 8 und noch was Auf und zwar noch mal 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 Wir müssten die mal hinterher laufen, wa? Ähm Die sagen ja grad was Wie kommen wir denn überhaupt hin? Solowen, nein, durchhalten, alles wird gut Sanitäter Ähm Wo bist du? Achso, hab wir sowieso geschafft Ah, super Missionspunkte Missionspunkte 11.410 7.900 Äh 7.000, was? 34.230 Missionspunkte Ich bin verwirrt Ich würde jetzt gerne wissen, ob ich jetzt noch einmal aufgestiegen bin Ich steige nicht auf Ich steige nicht auf Ich auch nicht, bei mir steht immer noch Benötig P20 Bei mir immer noch 30 Weiß ich Warum zu Äh Ne, ich spiele ein bisschen Warte mal Ähm, Spiel stoppen Okay Ich dachte, ich kann ja mal meine Auflösung ändern Da ist meine Munition und so sehr Aber nee Hm Es ist Harte Landung Das war ein richtiger Pille Oha Ein richtiger Nähschau Oh, komm Nimm ihn in den Mund Nimm Mh Oh, das klutscht in mir Uuuu 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 Ach, jetzt habe ich Was habe ich Ist das die Thompson? Mh Ne, die Bar Uuuu Ach, wir werden ihn steil frei machen Uuuu Ja, ist nicht der Das ist kein Japaner. Oh. Hast du den jetzt angeschossen? Nein. Oh, passen. Ist ja super. Auf dich kommen sie angerannt, auf mich kommen sie angerannt. Ey, nicht. Hey, du lagst zuerst, Freundchen, ne? Ja, und? Ja, ich auch. Ne, du ja auch nicht. Ne, warum? Wenn ich auf dem Boden liege und so, dann kommt das ja. Sie sind gestorben. Gut, diesmal gehe ich nicht so weit vor. Ne, 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 ne. Könnte alleine machen. Das könnt ihr alleine machen. Also, die Bar ist keine Sniper. Ne. Hallo. Ja, Pana. Und was bist du eigentlich gestorben? Vorhin, haben sie dich gleich sofort. Bin ich gestorben, wo denn? Also, das du auf dem Boden liegst, das sehe ich jetzt als gestorben an. Ja, Granate. Achso. Wo war ja die Afrika-Barsch? Da ist er. Sniper. Ja, warte, ich wechsle jetzt auch mal. Zumindest die Scheiß-Cold. Ja, die habe ich ja hier weg, jetzt wird das Sniper. Na, wie? Ist erfreulich, helft mir. Ich bin doch... Das konnte ich dir jetzt nicht helfen. Gut, jetzt kann ich es wissen. Gut, danke. Jo. Jetzt nehme ich aber die Waffe. Nicht auf unsere Schießen. Ne. Ich werde gucken, ob ich Dings machen kann. So ein Angriff. Ne, das haben wir jetzt nicht mehr. Doch, ich habe da noch zwei Sünde-Teile stehen. Ah, nee, das sind Rauchkanaden, wa? Ja. Ah, schade. Das wäre ja ein bisschen OP, wenn man das echt jetzt in jeder Mission hätte. Oh, oh. Auch, Mensch, Leute, laufen doch nicht alle ins... in... 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 Ich glaube, das basiert hier so ein bisschen auf, dass du wirklich zwingend vorlaufen musst damit... Oh, hau ab, mein japanischer. Ach, zur Seite lehnen kannst du dich auch, ne? Ja. Ich weiß, QE. Ja, pass ich mir auch noch. Glitchen. Gut, ich heiße, Blankgranaten nutzt man sowieso nicht. Warum habe ich denn immer wieder den Chef-Chat laufen? Das muss ich nach dem, nach dem, nach dem Dings ändern. So muss man hier rein. Oh, Granatler-WG. Genau da. So, super. Ich hab da jetzt... Na, 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 na. Okay, ich will jetzt nicht alle Messer messen, das wird so gefährlich. Das war unsere Jut. Das ist ein paar Arsch. Da hinten auch. Wir hätten jetzt irgendwie bisher... Dass du immer die meisten Abschlüsse hast, ich weiß nicht, ich brauche mich auch nicht wundern. Shit ist doch. Ne, ich weiß nicht, du bist in den Shootern schneller und besser als ich. Boah, Granate! Die kommen hier, da, bei der Halt! Boah, Granate, die kommen hier, da, bei der Halt! Boah, Granate, die kommen hier, da, bei der Halt! Boah, Granate! Boah, Granate!